Musik Ein Mensch ist gleich. Bei jedem Menschen stellen sich andere Herausforderungen, aber im Endeffekt kommt man immer zu einer guten Lösung. Wenn mich Leute fragen, was arbeite ich, sage ich Orthopädietechniker und die sagen dann, ah, Orthotechniker, sage ich nein, also die meisten Leute kennen das gar nicht. Was mich antreibt, ist, dass ich meine eigenen Ideen einbringen kann. Ich kann ein bisschen herumexperimentieren, versuche mit verschiedensten Materialien zu arbeiten. Wenn man Menschen helfen kann, dann kann es nur ein gutes Gefühl sein. Für mich ist mit jedem Patienten, wo ich arbeite, ein schöner Moment, weil er kommt jetzt ohne eine Hand oder ohne einen Fuß zu mir rein und geht mit einer Hand oder mit einem Fuß wieder raus ins Leben und kann so sein Leben bewältigen. Und das ist jedes Mal einfach der Beste im Moment, ja. Musik 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 Musik